Das ist aber hässlich. Ich kann viel besser malen als du. Das stimmt doch gar nicht. Ich finde das Bild schön. Und wenn du meinst, dass du besser malen kannst als die Prinzessin, dann mach doch bei dem Kreativwettbewerb für das Titelblatt des Ferienpasses mit. Und dann werden wir ja sehen, wer besser malt. Und wie kann ich da mitmachen? Du kannst mitmachen, indem du ein Bild zum Thema kinderfreundliches Gabsen, meine Stadt im Sommer, malst und dann bis zum 28. April abgibst. Und wo muss ich das abgeben? Im Rathaus. Und wer kann da mitmachen? Es können alle Kinder von 7 bis 16 Jahren mitmachen. Es gibt zwei Altersgruppen. Einmal von 7 bis 11 und einmal von 12 bis 16 Jahren. Kann ich da was gewinnen? Ja, im Mai steht der Siegerfest und dann gibt es auch eine Preisverleihung. Okay, tschüss. Dann gehe ich jetzt mal das Siegerbild malen. Oh, mein Mann!